Oh, kommen wir nicht mal mehr raus, oder wie? Na dann, schnell hindurch! Ah, scheiß mal auf Jonah! Der wird schon irgendwie da rausgekommen! Ah, geil! Mal wieder wunderschön durchs Wasser hindurch! Bitte Brust, Brustkörper! Bitte Grippe! Ah, geil! Hm, ich würd mal sagen... Wir sollten uns ein bisschen parenchen, gell? Seien zwar nur Knochen, aber immerhin ein bissl was! Komm schon! Oh, hey, da hättest du ein High Five geben können! Na, oi, na! Und das hat man unter Wasser! Na, schon wieder, gell? Na, Alter, dieser war ein Witz, oder? Der ist wichtig! Eine Luft ist wie ein High Five! Alter, das ist schon halbwegs wie neu geboren! Biss durchdeppert! Hunderttausendleich! Wahnsinn! Ich höre! Wo ist sie? Keine Ahnung! Ich brauche diese Schatolle! Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig Amaru Halt Lass ihn sofort gehen Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust Ja, das weiß ich Dein Vater war brillant Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste Er war mein Freund Aber er war besessen, rücksichtslos Du kanntest ihn doch gar nicht Er wollte nicht das gefährliche Potential in seiner Arbeit sehen Das konnte ich nicht erlauben Du hast ihn umgebracht Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt Meine Welt wäre zerstört worden Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige Ich war ein Kind Das Risiko war mir einfach zu groß Eine ganze Zivilisation Jahrhunderte der Unabhängigkeit Tausende Menschen Ich hatte keine Wahl Man hat immer eine Wahl Noch ist nichts verloren Du kannst zu Ehren Und nur Ratus Die Sonne wiederherstellen Nein Ich muss die Bedrohung vernichten Du feiger Egoistischer, mörderischer Dreckskerl Und du, Lara Wie viele hast du auf dem Gewissen? Und vor allem, wofür? Oh geil, nicht schlecht Aber waren da nicht ein paar mehr? Die müssen das eigentlich verhindern hätten können Aber okay Ich darf mal hinterher auch laufen Aber ich hoffe, dass die Waffe mitgenommen Oh shit Ah Nette Maske Nicht schlecht Aber zum Glück wenigstens kann Wärme bilden Ah, endlich Unsere Waffe Alle sind da Wenn sich unser Status ändert Sagt er es uns schon Zurück zu Kairn Und alles ist vorbei Wow Das sind nun aber schon relativ viele Sodass man das gar nicht ausnutzen könnte Was ist denn das? Haltet diesen Kanal frei Aber Sir, wir haben Störungen im Nordwesten Die Lage ist unter Kontrolle Noch mal Halte diesen Kanal frei Rock out Fuck Fuck Ich würde mal sagen Ein bisserl zu weit kreut Tschüss Oh komm schon Fuck Oh du Scheiße Ah, ich sehe es Gebe nicht Gebe nicht Äh, ich sehe es Gott Schöne 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 Ja, ich habe ein bisschen weh Erb Was Bibi 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 Alter, dass der dann noch von der Seite daher kreut Eieieiei Eieiei Eieiei Sollen wir ihn rufen? Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon Hoffentlich sehe ich sie, wenn sie sie wegbringen Das könnte landen, ja Außer wenn man mich sieht natürlich, das ist Arsch Und man sieht mich definitiv Wir haben Störungen im Nordwesten Die Lage ist unter Kontrolle Nochmal Halte diesen Kanal frei Rock out Den Bogen können wir ja eigentlich hier auch Ne, 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 ne Kein Bogen Ah scheiße, wer gegifft Dies ist blöd Wenn wir kein Gift haben, das ist Arsch Kannst du dich leider ein bisschen bewegen? Ja Ich glaube, Gift wird immer nicht so leicht wie er Kriege Na, wot, 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 wot Das ist, wenn man sich schnell die Dosen holen Kein Fall Eins muss man ihn lassen Das ist ein großartiger Ort Na, wot, na, wot, na, wot So mehr hier wie aufgeführt Ja, genau So, sag Wer braucht eine Mission? Ich hab hier vielleicht was Ich gehe der Sache nach Wer, du? Oh, ey Was ist hier verdächtigt? Nicht zu sehen Verstanden Unten bleiben Tschüss Vorrimus nochmal Vorrimus einfach Bein hat nochmal Genau, perfekt Einmal Was denn noch? Dann Der Wand Wir haben eigentlich hier relativ viel Glück gehabt Das ist jetzt die Explosivis Verstanden Oh scheiße Was? Oh fuck Oh shit, oh shit, oh shit Aaaaaaah Aaaaaaah War das Wucht? Der gerade eben? Ja Sollen wir ihn rufen? Nein Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon Hoffentlich sehe ich sie, wenn sie sie wegbringen Also wenn der sich genau umdreht, schnappt man sich den Typen Dann holen wir sich den Typen, dann holen wir sich den anderen Typen und im Nordwesten Die Lage ist unter Kontrolle Also wenn die uns zu sehen, das wäre natürlich richtig gelohnt So ein Doppel-Doppel-Doppel-Schalter wäre natürlich richtig fahren Ich glaube dafür ist sie mir zu langsam Ganz ehrlich Ganz ehrlich Was? Einmal weniger Warte, 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 bleib gerne mal hier Bleib gerne mal hier Bleib gerne mal hier Okay, wir haben noch drei insgesamt So Bisschen Nein Perfekt Sollte uns eigentlich gar keiner sehen, oder? Sie können eigentlich beide ausschalten untereinander Ah, geh schmoren, das schaut schon wieder her Ah, das ist nicht gut Geil Wenn ich den hier mache Tschüss Oh mein Gott, und er weiß gar nichts davon Geil Geil Na, nicht schlecht, nicht schlecht Und tschüss Ha, geil gemacht Die Frage ist nur, wenn ich den Bogen ausnutzen würde Ob Takt noch Kopftreffer Geld Also quasi, ob die Waffe wird stark genug ist für einen Kopftreffer Seh Widerholen Problem mehr Geld Schlammlöcher Da drin herrscht der Chaos Natürlich Aber es ist Kroff Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten Woah, so hast du Tschüss Es ist vorbei, er kann nirgst bevor hin Und keiner hat's gesehen Geil Oh Oh Oh, 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 oh Das ist so knapp Der ist so knapp, der ist so knapp Hm Hmm das muss man sagen wenn wir sie nicht finden bevor sie uns jetzt brauche ich natürlich irgendwas ab war für mich hochfock Prozent schilds die 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 tschüss Prozent Prozent schilder schilder schild von konfiguren was hat er gehört seit der Näcke der Stürmer gewählt mehr oder bis dort und stürzt wurde das bitte los und mit dem Baum hat den Kopf unten und unterwegs ohr in Köln Oh, schön, wie alle im Eingang sind. Ah. Geil. Na dann. Oh, brauchen wir einfach den Eingang nebengekommen. Und tschüss. Komm rein 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 das dauert viel zu lang. Das dauert viel zu lang. Das gefällt mir nicht. Heimend Freyend und der nächste. Das auch mal weggehalten. Ah, kommt schon, Leute. Bisschen gesoffen. Wäre doch nicht schlecht. Oder? Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So. Schauen wir, dass wir den jetzt uns schnappen. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht, wie wir den jetzt mitnehmen. Ich sehe überhaupt nichts. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Oh, shit. Ich geh mal da kurz vorbei. Genau. Kann ja nicht wissen. Hm. Und tschüss. Hm, geil. Und ja, hast du gut erkannt. Das ist wirklich gut erkannt, das ist da jetzt gleich was passiert. Kann denn nicht gleich durchgehen? Oh, wir netten Heli. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Ähm, hi, Jungs. Oh, fuck. Hm. Explosion. Oh, shit, oh, shit. Solange nicht noch mehr so ein Kostet daherkommt, ist alles okay. Verwalt. Fuck. Passt. Holy shit. Okay, einer weniger. Heilung. Könnte vielleicht uns helfen. Hey, Munition. Fuck. Einmal. Komm, 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 komm. Oh, schön. Ich glaube, ich darf, nein, ich darf doch nicht weitergehen. Fuck. Fuck. Warte, na, du nachlaufen, komm. Einmal. Oh, du brauchst es nicht immer versuchen. Du erst recht nicht. Ah, fuck. Scheißpistole, fuck. Oh, nice. Oh, das ist nicht schlecht. Oh, geil. Hör einfach mal den Piloten. Gehe ich da durch, oder? Wo sieht der jetzt? Wo sieht der jetzt? Aufwecke extra, oder wie? Oder gibt's da... Ah. Extra noch schnell ist vielleicht sogar ein Lagerfeuer. Oh, geil. Oh, das ist ja ein BEM, wird auch immer ein Lager. Oh, shit. Alles in Ordnung? Wir wissen, der überdauferkummert. Also, der wird wahrscheinlich dacht haben, beim Seil. Das sie ist. Oh, Gott. Oh, ja. Oh, ja. Alles klar. Wenn okay. Was zum Teufel sollte das? Wär ich du? Wär's gut gegangen. Oh, geil. Oh, das kann gleich weitergehen. Die kommen nicht weiter. Los, wir schaffen das. Oh, hier, die Asche und so. Oh, schick geil. Willst du sagen, der Volkant bricht bald aus? Oh, fuck. Das hat schon mehr als wie nur Erdbeben aus. Aber du siehst, das ist eine Schlammlawine oder was? Oh, wir nehmen einfach mal eine höhere Ebene. Oh, schneller. Und er sagt das nicht mir, sagt das dir. Ich hoffe, nein, ich spüle nur. Ja, definitiv Erdbeben. Oh, ja, fuck. Aufprallt bis zum Gehen immer. Oh, mein Gott, egal. Diesmal hätte ich wirklich. Oh, shit. Und los. Was war denn los? Ähm, ja. Sag's nicht mir. Ich hab nur den Scheiß-Facken-Controller in der Hand. Und, yes. Äh, ja, also, so ein Tod will ich auch nicht mehr leiden. Aber cool. Oh, geil. Äh, übste mir auf, okay? Poste kein üblicher, gell? Ich war einfach weiter. Oh, einfach verschoben. Wie cool. Oh, holy shit. Und, zack. Und, oh, fuck. Wo spring ich hin? Und, hopp. Und den hier gleich mal. Oh, schön. Dann haben wir vielleicht sogar im Eiergang. Wie Selector. Und, zack. Und wieder auf, ey. Ja, das ist viel besser als wie so in so einem Vergnügungspark oder so, wo so viel rutschen kannst du da so. Also, das muss ich eigentlich schon wertschätzen. Also, das kann auch nicht jeder behaupten. Und, ins schöne, saubere Wasser. Nice. Alter, wie kann's im Wasser sein, nur lieber dreckig sein. Ah, jetzt ist sie wieder sauber. Komisch. Ah, nicht schlecht. Tja, und noch mehr Zerstörung. Tut mir echt leid um die Schatulle. Immer Trinit. Die Schatulle holen und dann schnappen wir uns dummig. Wir müssen den Plan anpassen.